Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Tagesdosis Angeberwissen hier von Shirky Pornöcki. Warum sagst du das denn so auf Aussicht? Ich habe versucht einfach mal hochbayerisch zu sprechen, das klappt aber auch nicht. Wir haben heute den 3. Februar und am 3. Februar hat wer Geburtstag? Tony Marshall. Sieht man kaum. Und selbst wenn man ihn sehen würde, der sieht relativ komisch aus. Ist halt der Tony. Tony Marshall, herzlichen Glühwein. Weißt du wie der eigentlich heißt der Tony? Gebürtig heißt Tony Marshall Herbert Anton Hilger. Warum hat er den nicht behalten, den Namen als Künstlernamen? Weil das dann auf diesen Covern, auf diesen Schaltplatten-Covern wahrscheinlich nicht draufgepasst hätte. Hätten sie um die Ecke schreiben müssen. Das ist alles Tony Marshall? Das ist alles Tony Marshall. Deshalb habe ich es mitgebracht, damit ihr mal hier die Evolution sehen könnt. So noch... Schöne Maid, hast du wie heißt der von Chef nochmal? Der hat eine Glatze gehabt, Chef. Der hat eine Glatze gehabt. Das ist blöd. Aber irgendwie ein Afro. Jedenfalls. Und so eine Mischung aus Afro und aus Babyface. Aus Afro und die Siakon. Die Foto. Richtig. Genau. Aber am 3. Februar ist auch die Raumsonde Luna 9 von der Sowjetunion. Keine amerikanische Sonde gewesen, sondern eine sowjetische Sonde. Warum heißt die dann Luna? Ist das nicht ein italienischer Begriff für den Mond? Luna, la Luna. Wo ist denn das her? Wahrscheinlich aus einem Lied. Ja, aus irgendeinem Lied, genau. Luna 9 ist auf dem Mond gelandet. 1966 war das. Ja gut, macht ja nichts. Ja. Und war das erste, die erste Raumsonde, die weich gelandet ist auf dem Mond. Die weich gelandet ist? Ja, also... Das heißt, die hat aufs Kissen gezielt und alle anderen sind halt am Beckenrand aufgeschlagen, oder was? Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Was ist denn noch passiert in 1934? Ja, die deutsche Lufthansa hatte den regelmäßigen Postdienst von Europa nach Südamerika aufgenommen. Hammer! Ja, und das war 1934. Das ist, die dauert schon ein paar Wochen. Ja, das ist ja, also Lufthansa. Okay. Stehst du? Seit neuesten ist es Kindern übrigens auch wieder erlaubt, einen Blick in das Flugzeugkopf zu werfen. Ja. Und wir haben euch das mal mitgebracht. Das sieht mittlerweile so aus. Ja. Aber von außen, oder was? Von außen. Ja, gut. Durch die Scheibe. Muss ja klein anfangen, ne? Ja. 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 Das war's wieder. Toller Gick. Dankeschön. Das war's wieder mit unserer täglichen Dosis Angeberwissen hier bei Shoki Banuki. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaltet wann wieder ein? Morgen. Morgen, ja, ja. Morgen ist der 4. Februar. Heute war der 3. Februar. Ja. Gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.